Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei dem Pretty Old Pixel. Mein Name ist Alexander und ich freue mich, dass Sie in eine neue Replay-Folge zum Spiel SimCity, diesmal auf dem Commodore 64, eingeschaltet haben. In den bisherigen Replay-Folgen hat sich ausschließlich die Amiga 1.0 Version gespielt, also die Release-Version, die so damals in den Handel gekommen ist. Das soll sich heute ändern. Heute möchte ich euch gerne die 64er Version des Spiels vorstellen. Sie ist ebenfalls wie die Amiga und die DOS-Version 1989 erschienen und es handelt sich auch um die primäre Version, die von Will Wright bereits seit Mitte der 80er Jahre programmiert worden ist und bei der er keinen Erfolg auf der Suche nach einem Publisher hatte, sodass es dann letztendlich zur Gründung von Maxis gekommen ist. Neben Will Wright und Jeff Brown war bei der 64er Version noch Michael Bramer beteiligt. Genug der Vorrede, wir starten direkt das Spiel und wir sehen zunächst den Titelbildschirm bzw. den Ladebildschirm, leider ohne Musik und Sound und auch ziemlich nüchtern gehalten. Und wir befinden uns direkt im Spiel, aber bevor wir loslegen und etwas bauen, machen wir uns zunächst einmal mit der Steuerung vertraut und den Piktogrammen und hier sehen wir schon einen großen Unterschied zur Amiga-Version. Bei der Amiga-Version befanden sich die Piktogramme, das Menü auf der rechten Seite und auf der linken Seite gab es eine Anzeige über die Gebiete, die als nächstes gebaut werden sollten. Das fehlt hier komplett. Hier haben wir nur eine Menüleiste ganz unten im Bild. Gesteuert wird das Spiel mit dem Joystick. Der ist mit dem Gameport 2 verbunden und hier kann ich dann über diese Karte hier navigieren. Und es ist zwingend erforderlich, dass man eine Tastatur verwendet. Und zwar mit den Cursor-Tasten kann man hier bei dem Menüband hin- und herswitchen, rechts und links. Das ist alles kein Problem. Auf die einzelnen Piktogramme werde ich gleich noch gesondert darauf eingehen. Wir schauen uns zunächst einmal zwei hier genauer an. Und zwar zunächst einmal das Disc-Menü. Nachdem ich die Return-Taste betätigt habe, kommen wir in ein Untermenü und dort sehen wir direkt, wir können ein Spiel laden, ein Spiel speichern oder ein Spiel aus dem Katalog auswählen. Das sind die Szenarien, die es auch hier bei der 64er-Version gibt. Wie zum Beispiel das große Beben in San Francisco von 1906 oder Hamburg 1944. Das werden wir uns aber später bei einer anderen Version mal näher anschauen. Ich gehe mal hier weiter und wir wechseln in das Terrain-Menü. Dort gibt es zwei Unterpunkte. Und zwar kann ich zunächst einmal eine neue Landschaft generieren lassen oder eine bestehende Landschaft ändern. Das werden wir in diesem Fall hier nicht machen. Mir gefällt die Karte ganz gut. Wir gehen jetzt hier wieder raus. Und wir gehen hier wieder zurück auf Edit, denn es gibt zwei Karten, mit denen wir uns dann näher beschäftigen müssen. Das ist hier die Übersichtskarte. Hier bekommen wir allgemeine Informationen über unsere Stadt angezeigt. Aber wenn wir etwas bauen wollen, müssen wir wechseln und zwar in dieses Menü hier. Dort kann ich auch mit dem Joystick mich hin und her bewegen. Das machen wir jetzt auch direkt. Und hier sind die einzelnen Menüpunkte, die wir auswählen können, um direkt etwas zu bauen. Und die werden wir uns jetzt auch im Detail mal näher anschauen. Wir beginnen hier mit dem Bagger. Und unterhalb des Bagger seht ihr auch schon eine Anzeige. Kost 1 Dollar. Das heißt, wenn wir etwas abreißen, kostet es uns 1 Dollar. Auf der rechten Seite bei Fund seht ihr dann auch noch das Geld, was wir zur Verfügung haben, um unsere Stadt zu errichten. Derzeit sind es 4.000 Dollar. Und wenn wir hier zum nächsten Piktogramm springen, dem Straßenbau, da sehen wir, dass uns der Straßenbau 4 Dollar kosten wird. Der Bau einer elektrischen Leitung 2 Dollar. Der Bau einer Wasserleitung 2 Dollar. Und das ist schon mal ein Unterschied zur Amiga-Version. Dort musste man sich nicht um die Wasserversorgung kümmern. Hier bei der 64er-Version ist das anders. Da gehört das zum Spielprinzip. Dann haben wir hier die verschiedenen Zonen. Wie bei der Amiga-Version das Wohngebiet. Die kommerzielle Zone. Die Industriezone. Die kosten jeweils 100 Dollar. Dann können wir noch einen Park bauen. Das würde 50 Dollar kosten. Einen Hafen. Das würde 1.000 Dollar kosten. Einen Kraftwerk. Das kostet 2.000 Dollar. Und hier gibt es eine Besonderheit im Verhältnis zur Amiga-Version. Dort konnten wir auswählen, ob wir ein Kohlekraftwerk oder ein Atomkraftwerk haben wollten. Diese Auswahlmöglichkeit gibt es hier leider nicht. Hier gibt es nur einen Kraftwerkstyp. Ich vermute mal, das ist ein Kohlekraftwerk. Was können wir noch auswählen? Den Flughafen. Der würde uns 4.000 Dollar kosten. Hier kommen wir wieder zur Übersichtskarte. Und das letzte Piktogramm, was wir hier sehen können, ist das Disaster-Menü. Das Katastrophen-Menü. Ich drücke mal Return. Und dort sehen wir direkt, dass es 4 unterschiedliche Katastrophen gibt, die wir heraufbeschwören können. Feuer, Tornados, Monster und Erdbeben. Das heben wir uns jetzt alles für den Schluss dieser Folge auf. Ich gehe jetzt hier wieder raus. Wir wechseln hier zur Übersichtskarte. Und zwar bekommen wir hier bei Roadmap das Straßennetz angezeigt, wenn wir eins gebaut haben. Das Stromnetz. Das Wassernetz. Eine Kartendarstellung unserer Stadt. Die Einwohnerdichte. Und ihr seht, oben links wurde jetzt etwas eingeblendet. Eine Farbskala, an der wir dann erkennen können, wie hoch die jeweilige Bevölkerungsdichte ist. Das gleiche gilt hier für die Verkehrsdichte. Dann bekommen wir hier den Grad der Verschmutzung angezeigt. Auch wieder mit der Farbskala. Der Wert der Grundstücke. Natürlich abhängig zum Beispiel von der Nähe der Industriegebiete oder ob es irgendwelche Parks gibt. Dann sehen wir hier die Steigerungsraten bei unserer Bevölkerung. Wenn wir das hier auswählen, Graph Screen, kommen wir in ein Untermenü, in dem wir uns Statistiken anzeigen lassen können. Und zwar die Bevölkerung, die Handelsbilanz, die Industriebilanz, mit dem Smiley der Stand des Lebensstandards, mit dem traurigen Smiley die Höhe der Arbeitslosenquote. Und hier beim Menüpunkt Timescale, der Zeitskala, können wir Änderungen an der X-Achse vornehmen. Wir können es stauchen oder wieder etwas breiter machen. Aber wir haben hier noch keine Angaben. Warum? Ganz klar, wir haben ja noch nichts gebaut. Das werden wir gleich machen. Und hier kommen wir wieder raus. Und das sind alles jetzt die Informationen, die man hier erhalten kann bei der Übersichtskarte. Wir gehen jetzt wieder in das Baumenü. Und eine Sache, die hier auffällt, ist, dass zwei wichtige Sachen fehlen im Verhältnis zur Amiga-Version. Und zwar kann man weder eine Polizeiwache noch eine Feuerwehrwache bauen. Das fehlt hier leider. Aber wir können hier eine Wasserversorgung aufbauen. Das finde ich auch wieder interessant. Und ich bin mal gespannt, wie sich diese Version hier spielen lässt. Wir werden jetzt direkt einsteigen. Wir gehen nochmal in die Übersichtskarte. Und suchen uns jetzt zunächst ein Gebiet, wo es nicht allzu viel Bewaldung gibt. Ich glaube, das hier ist ganz gut. Ah, wenn man auf den Feuerknopf drückt, kann man hineinzoomen. Alles klar. Das war mir auch noch nicht bewusst. Ich drücke mal in die Return-Taste. Und das Erste, was wir jetzt natürlich machen, ist, das Gebiet vom Gestrüpp säubern, weil sonst können wir hier nichts bauen. Das werdet ihr gleich sehen. Das kostet uns jetzt natürlich Geld, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Wunderbar. Und wir bauen zunächst einmal ein Kraftwerk. Das kommt hier direkt an den Fluss. Wenn ich jetzt hier versuchen würde, das hier reinzubauen, wäre das nicht möglich. Set Areas Occupied. Das heißt, ich brauche hier wirklich eine leere Fläche. Da haben wir sie. Und wir bauen jetzt ein Industriegebiet. Direkt daneben. Perfekt. Und wir sorgen jetzt für die Stromversorgung. Und wir bauen auch eine Straße. Und ihr seht, es wird direkt schon was gebaut. Hier haben wir schon eine Industrieansiedlung. Natürlich ist das nicht so schick dargestellt wie bei der Amiga-Version. Aber ich finde trotzdem, dass es hier ganz gut aussieht. So, jetzt bauen wir unsere Commercial Zone. Und sorgen uns um die Stromversorgung. Und es hat funktioniert. Die P sind verschwunden. Und jetzt bauen wir hier auch nochmal eine Straße. Wir sehen, dass Steuern eingenommen worden sind. Aber es wird leider nicht angezeigt, welchen Monat und welches Jahr wir haben. Diese Angaben fehlen hier komplett. Plötzlich kommt diese Anzeige, Steuern sind eingenommen worden. Und dann weiß man, dass ein Jahr vergangen ist. Aber in welchem Jahr wir uns befinden, da kriegen wir leider keine Informationen. Das ist leider nicht so gut gelöst. Und jetzt bauen wir mal unser Wohngebiet. Und auch jetzt müsste genügend Strom für alle da sein. Ich hoffe es zumindest. Jawohl. Es geht los. Sehr schön. Wir haben noch 987 Dollar übrig. Das ist nicht mehr allzu viel. Aber ich hoffe, dass jetzt ein paar Steuereinnahmen reinkommen. Was es auch nicht gibt, im Gegensatz zur Amiga-Version, ist eine Zeitbeschleunigung. Und es gibt auch keine Möglichkeit zu pausieren. Das finde ich auch schade. Das heißt, es läuft hier alles in Echtzeit ab. Und man ist dem Spiel ja sozusagen ausgeliefert. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das trotzdem hinbekommen. Ich baue hier mal eine Straße. Und schaut mal hier, das ist genau das Problem. Es muss wirklich alles frei sein, damit ich etwas bauen kann. Das ist ein bisschen mühseliger als bei der Amiga-Version. Wo es automatisiert war. Auf der anderen Seite geht die Steuerung mit dem Joystick eigentlich ganz gut. Das gefällt mir. Und mir fällt noch etwas auf, was fehlt. Und zwar die Eisenbahn. Ich kann hier keine Eisenbahnstrecken verlegen, sondern nur Straßen. Und auf diesen Straßen kann ich leider nicht erkennen, wie die Verkehrsdichte ist. Das war bei der Amiga-Version auch hübsch dargestellt mit den Punkten auf der Straße. Wir gehen jetzt mal in die Übersichtskarte. Und hier sehen wir dann auch jetzt unser Straßennetz. Das sieht doch ganz witzig aus. Unser Stromnetz. Und wir erkennen direkt, dass alle Gebiete versorgt sind. Wunderbar. Unser Wassernetz, was noch nicht existiert. Das werde ich gleich machen. Die City-Map. Also der Ort, wo sich unsere Stadt befindet. Dann sehen wir hier die Bevölkerungsdichte. Die ist noch nicht allzu hoch. Bei der Verkehrsdichte kriegen wir noch keine Anzeige. Okay. Bei der Umweltverschmutzung im Norden von der Stadt. Klar, da ist unser Industriegebiet. Land Value ist einheitlich. Rate of Growth. Ja. Das sieht nicht schlecht aus. An der Peripherie höher als in der Mitte. Und wir gucken uns jetzt mal hier ein paar Statistiken an. Da sehen wir, dass unsere Bevölkerung steigt. Commercial. Das stagniert. Ich glaube, da werden wir etwas tun müssen. Ah, okay. Ich kann es nicht mehr ausblenden, sondern nur überblenden. Industrie ist nicht schlecht. Living Standard ist, ja, ist das hoch oder nicht? Keine Ahnung. Die Arbeitslosenquote scheint in Ordnung zu sein. Wenn wir hier die Timescale ändern, da sehen wir noch keine Ergebnisse. Okay. Wir gehen wieder hier in unsere Map. Und ich baue ein weiteres Wohngebiet. Aber dafür muss ich zunächst einmal die Hand anlegen. Okay. Ich dachte schon, dass wenn ich auf ein graues Feld, wo es sich nichts befindet, klicke, dass ich dort auch einen Dollar verliere. Aber das ist nicht der Fall. Da bin ich schon mal beruhigt. Und die Steinen sind jetzt eingenommen worden. Aber allzu viel ist das nicht. Leider fehlt auch so eine Art Übersicht, wie zufrieden alle mit mir sind. Oder unzufrieden. So. Dann bauen wir hier mal. unsere Wohngegend. Aber ich werde noch etwas ändern. So, das habe ich abgerissen. Und hier kommt jetzt ein Park in. Das geht aber nicht. Hm. Ah, okay. Ich muss hier alles abreißen. Das ist natürlich nicht so gut gelöst. Und jetzt machen wir noch eine Straße. Ach, schaut mal da. Hier gibt es auch Autos. Sehr schön. Es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben jetzt Fahrzeuge hier. So. Dann erweitern wir das auch hier. Und ein Industriegebiet kommt jetzt hier noch im Norden hin. Sehr schön. Und Strom brauchen wir natürlich. Alles klar. Dann schauen wir uns mal die Karte an. Also unser Straßennetz. Unser Stromnetz. Wir haben immer noch genug Strom für alle. Wasser. Das fehlt noch. Das machen wir jetzt gleich. Unsere Stadt. Und wir sehen hier die Bevölkerungsdichte. Noch nicht allzu aussagekräftig, wenn ihr mich fragt. Verkehr, ehrlich gesagt, auch nicht. Die Umweltverschmutzung immer noch im Norden. Kein Wunder. Aber der Park scheint etwas gebracht zu haben. Das Gebiet scheint etwas aufgewertet zu sein. Zumindest sind die Wohngebiete und auch ein Teil der kommerziellen Gebiete wertvoller als das Industriegebiet im Norden. Dann sehen wir hier die Steigerungsraten für die einzelnen Gebiete. Das sieht auch ganz gut aus. Und wir gucken uns das jetzt auch nochmal näher an. Die Bevölkerung steigt. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Commercial geht so. Da haben wir eine Delle, wenn ich das richtig sehe. Bei etwa minus drei. Die Industrie schlägt sich etwas besser. Der Lebensstandard hat auch eine kleine Delle. Die Arbeitslosenquote steigt. Auch hier kann ich nichts ändern. Heißt also. Wir müssen etwas tun. Wir brauchen wahrscheinlich mehr kommerzielle Gebiete. Das machen wir jetzt auch. Gar kein Problem. Wir haben hier nämlich noch Platz. Und hier muss ich erst etwas abreißen. Hier auch. Ah, das war ein Fehler. Das wollte ich hier bauen. Und wir haben fast kein Geld mehr. Dann lasse ich das jetzt so. Außer, dass ich jetzt hier noch die Stromversorgung herstelle. Und das sieht doch alles nicht schlecht aus. Sehr gut. Wir haben elf Dollar. Wir warten jetzt mal ab, was der Steuereintreiber für Geld heranschafft. Ich bin mal gespannt. 31. Okay. 20 Dollar haben wir jetzt im Jahr verdient. Das ist leider nicht allzu viel. Das erlaubt uns keine großen Sprünge, wenn ich ehrlich bin. Aber wir kümmern uns jetzt ein bisschen um die Wasserversorgung. Aber ich habe nicht genügend Geld, sagt er. Kostet doch nur 2 Dollar und ich habe 31. Das ist ja komisch. Das verstehe ich nicht. Warum ist das jetzt so? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Wir gehen jetzt nochmal auf die Übersichtskarte. Das sieht alles gut aus. Und jetzt kriegen wir auch die Verkehrsdichte angezeigt. Aber es scheint noch alles im grünen Bereich zu sein. Denn wir sind hier bei Gelb und noch nicht bei Dunkelbraun. So, dann schauen wir mal. Das hat was gebracht. Schaut mal. Es steigt. Industrieproduktion steigt auch. Und die Bevölkerung steigt an. Und die Arbeitslosenquote, ja, die liegt scheinbar bei Null. Auch sehr gut. Ich würde sagen, es läuft. Ich würde euch gerne heute noch zeigen, wie ich den Hafen baue. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das zeitlich erleben werden. Denn wenn ich jetzt pro Jahr nur 20 Dollar bekomme, ich bin mir nicht sicher, ob ihr so lange warten wollt. Jetzt haben wir noch mehr Steuer gekriegt. Aber 57 Dollar, das ist nicht allzu viel. Was ich jetzt schon festhalten kann, ist, dass das Spiel langsamer ist als bei der Amiga-Version. Und mit langsamer meine ich jetzt nicht den einzelnen Aufbau, sondern einfach die Spielprogression. Das war natürlich schon ziemlich cool, dass ich bei der Amiga-Version auf schnell oder sehr schnell stellen konnte. Damit konnte ich dann Längen überbrücken. Das ist hier leider nicht der Fall. Aber trotzdem finde ich das Spiel recht spannend. Ich habe es damals nicht gespielt. Ich hatte 1989 schon einen Amiga 500. Das heißt, ich habe die Amiga-Version gespielt. Das ist auch der Grund, warum ich mit der Version angefangen habe. Die 64er-Version, die kann ich nur von hören sagen. Ich weiß, dass viele von euch die gespielt haben. Auch wenn sie natürlich nicht so schön ist wie die Amiga-Version oder die DOS-Version. Aber es ist halt eine richtige Stadtsimulation. Und das war natürlich einmalig für den 64er. Das gab es ansonsten nicht. Und da kann ich schon verstehen, dass die Leute von dem Spiel auch fasziniert waren. Aufgrund der Grafik benötigt man hier mehr Kopfkino. Aber es funktioniert. Es macht hier wirklich Spaß, sich die Stadt anzuschauen, wie sie wächst und gedeiht. Auch wenn hier nur Kästchen größer werden. Aber man kann sich vorstellen, was dort tatsächlich passiert. Sehr schön. Dann gehen wir nochmal zum Schluss in unsere Statistiken. Das sieht alles gut aus. Die Bevölkerungsdichte. Wir haben jetzt einen Ort, der eine etwas höhere Dichte hat als die anderen. Bei der Verkehrsdichte hat sich alles etwas nach Norden verschoben. Und die Umweltverschmutzung, ja, die ist leider nicht so schön. Aber sie ist auch im Norden der Stadt. Das heißt, ich würde, wenn ich die Partie weiterspiele, die Wohnbevölkerung und auch die anderen kommerziellen Gebäuden weiter im Süden bauen. Und da sehen wir dann auch, wie sich die Grundstückspreise entwickeln. Sehr schön. Das gefällt mir. So, Handelsübersicht sieht gut aus. Industrie hat etwas abgenommen. Das heißt, wir brauchen wieder Industriegebiete. Aber ich habe leider nicht genügend Geld. Wir probieren aber trotzdem hier nochmal was mit der Wasserversorgung hinzubekommen. Vielleicht funktioniert das ja. Ne, funktioniert nicht. Ich habe doch 103. Warum geht das nicht? 103 Dollar. Und es kostet doch nur zwei. Ich baue jetzt mal eine Stromleitung. Das funktioniert. Also, ich verstehe es nicht. Ich kann es aber auch jetzt nicht ändern. Gut. Dann schauen wir uns jetzt zum Schluss noch die Katastrophen an, oder? Und wir fangen an mit Feuer. Okay. Und die Abwehrmaßnahmen bestehen glaube ich darin, dass man hier versucht, das Feuer zu ersticken. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Ach, schaut mal hier. Ich hätte das Feuer auch direkt ausbaggern können. Ich hätte hier gar nicht die ganzen Gebäude zerstören müssen. Ah, das ist natürlich doof. Woher soll man das wissen? Okay, beim nächsten Mal. Wir schauen uns jetzt mal einen Tornado an. Oh. Der wütet aber. Da bleibt kein Stein auf den anderen. Wo ist er hin? Im Süden. Okay. Okay. Und jetzt bin ich auf das Monster gespannt. Hahaha. Guzilla von oben. Ja. Rampelt alles nieder. Das tut einem natürlich im Herzen weh, wenn man das sieht. Aber er scheint schon genug zu haben. Er verlässt die Stadt. Und zum Schluss werden wir einen Erdbeben heraufbeschwören. Hahaha. Sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und ich habe direkt das Feuer gelöscht. Sehr gut. Aber unser Kraftwerk ist kaputt. Und damit ist die Stromversorgung zusammengebrochen. Und da ich nur 122 Dollar in meiner Kasse habe, habe ich gar keine Möglichkeit, jetzt hier das Spiel noch zu gewinnen, indem ich ein neues Kraftwerk baue. Denn das neue Kraftwerk würde 2.000 Dollar kosten. Das Spiel ist an dieser Stelle damit zu Ende. Ja, meine Damen, meine Herren. Es hat mir Spaß gemacht, auch die 64er Version anzutesten. Vom Spielprinzip ist sie vergleichbar zur Amiga Version. Die einzigen Abstriche, die gemacht werden müssen, ist bei der Grafik. Aber ich muss gestehen, dass mir diese Grafik hier auch ganz gut gefällt. Die Fantasie ist natürlich mehr gefordert als bei der Amiga Version, aber es funktioniert. Und ich kann verstehen, warum viele von euch auch die 64er Version sehr gerne gespielt haben. Die Steuerung funktioniert erstaunlich gut. Mit dem Joystick auf der einen Seite und mit der Tastatur auf der anderen Seite. Und ich finde auch die Menü- und Benutzerführung ganz gelungen. Man kann hier wirklich sehr schnell einfach eine Stadt bauen. Und ich kann verstehen, warum Will Wright von seinem Spielprinzip überzeugt war. Und so hartnäckig war auf der Suche nach einem Publisher, um dieses Spiel dann auch veröffentlichen zu können. Und ich bin froh, dass er es geschafft hat. Denn sonst hätten wir hier wirklich was Tolles verpasst. Ja, meine Damen, meine Herren. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass ihr eingeschaltet habt in diese Folge. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr euch die anderen Replays auf unserem YouTube-Channel bei dem Pretty Old Pixel anschauen würdet. Dort habe ich bisher die Amiga Version gespielt. Wenn ihr uns mal live erleben wollt, habt ihr jeden Dienstag ab 20 Uhr auf Twitch die Möglichkeit dazu. Beim Blätterabend, bei dem Selma und ich manchmal auch mit einem Gast durch eine alte Computerspielezeitschrift blättern, über die alten Spiele und die alten Zeiten reden. Das macht immer sehr viel Spaß. Vor allem die Interaktion mit den Zuschauern im Chat. Das ist immer eine Bereicherung. Und da würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr da mal live mit dabei wärt. Und wenn ihr immer noch nicht genug von uns habt, dann könnt ihr auch am Freitag einschalten. Ebenfalls ab Twitch, ab 20 Uhr. Denn dann spielt Selma in der Regel ein Spiel, was wir bereits im Replay hatten, live vor Publikum. Und das ist auch immer sehr faszinierend, ihm dabei zuzuschauen. Mir bleibt an dieser Stelle wie immer nichts anderes übrig, als euch alles, alles Gute zu wünschen. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.